So Männer, aufgepasst! Unser Expertenangebot der Woche ist nur für euch. Weil mir zum Glück kein Bart wächst, kann ich euch den Braun Series 3 3050cc heute leider nicht im Gebrauch vorstellen. Aber die integrierte Technik dieses Rasierers, die ist auch so beeindruckend. Der flexible Scherkopf verfügt über zwei Scherfolien, die sich unabhängig voneinander bewegen und sich so jeder Kontur anpassen. Die echte Revolution aber, die befindet sich zwischen den beiden Scherfolien. Der Mitteltrimmer ist nämlich mit der innovativen Micro-Comb-Technologie ausgestattet. Wie mit einem Kamm werden so die Bartstoppeln in eine Richtung aufgerichtet und das sorgt nicht nur für eine schnellere, sondern auch für eine gründlichere Rasur und damit für weniger Hautirritation. Sowohl Stoppeln als auch längere Barthaare erwischt der Braun Series 3 dabei problemlos und zwar auch an schwierigen Stellen. Für alle Schnurrbartträger oder die, die ihre Koteleten trimmen wollen, sorgt der ausfahrbare Langhaarschneider für präzise Kanten. Der Akku des Braun Series 3 3050cc ist innerhalb einer Stunde voll aufgeladen und hält dann bis zu 45 Minuten. Wenn es aber mal schnell gehen soll, gibt es auch den Quick Charge. Nur fünf Minuten Ladezeit reichen dann für genau eine Rasur. Die LED-Anzeigen informieren über den Akku und Hygienestand. Der Rasierer ist zu 100% abwaschbar und kann unter fließend Wasser gereinigt werden. Für ein absolut sauberes Ergebnis sorgt aber natürlich die Reinigungsstation, die im Paket mit dabei ist. Einfach die Kartusche mit der Reinigungslösung einlegen und mit nur einem Knopfdruck den Vorgang starten. Die Reinigungslösung auf Alkoholbasis entfernt Bartstoppeln und 99,999% der Keime und Bakterien. Praktischerweise wird bei der Reinigung auch gleichzeitig der Akku geladen. Den Braun Series 3 3050cc gibt es jetzt als Angebot der Woche für nur 77 Euro. Und zwar in allen Expert-Fachmärkten und natürlich auch online auf expert.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.